Hallo, mein Name ist David Safier, ich bin Autor und, naja, kein wirkliches Monster, im Gegensatz zu meinen Freunden hier. Die nicht allzu glückliche Familie Wünschmann ist nach einem Kostümfest verhext worden. Mama Emma flattert jetzt als Vampirin durch die Gegend. Eine echte Vollblut-Mama eben. Ganz anders Papa Frank. Der ist eher ein Emotionskrüppel und muss jetzt als Frankensteins Monster sein Herz wiederfinden. Und die Kinder? Tochter Fee ist eine waschechte Pubertistin und als Mumie ist sie jetzt nicht nur eingewickelt, sie kann sogar auch noch Menschen hypnotisieren. Der Einzige, der den Zauber eigentlich ganz okay findet, ist der kleine Max. Er ist lieber ein Wehrwolf, anstatt wie vorher ein kleiner dicker Streber. Um den Spuk zu beenden, muss Familie Wünschmann durch die ganze Welt sausen, um die Hexe wieder zu finden. Dabei erleben sie jede Menge turbulente und gefährliche Abenteuer. Tja, niemand hat behauptet, dass es einfach ist, als Familie das Glück zu finden. Begleiten Sie Familie Wünschmann auf ihrer wilden und monströs-komischen Hexenjagd rund um die Welt. Happy Family, der neue Roman von Bestseller-Autor David Safir.